Das ist der kleine Herr Jakob und von Herr Jakob gibt es sehr viele Geschichten. Heute erzähle ich die Geschichte Nachwuchs im Hühnerstall. Hallo, herzlich Willkommen. Ich bin Katrin und wir lernen natürlich Deutsch. Heute erzähle ich die Geschichte vom kleinen Herr Jakob. Das ist Herr Jakob. Er heißt Herr Jakob und er ist klein. Er hat immer einen Hut auf dem Kopf. Er hat einen schwarzen Hut auf dem Kopf und ein gestreiftes Shirt. Die Geschichten von dem kleinen Herr Jakob sind immer sehr lustig. Das ist das erste Bild. Was sehen wir? Die Geschichte heißt Nachwuchs im Hühnerstall. Was bedeutet das? Nachwuchs kommt von Nachwachsen. Wachsen, groß werden, wachsen. Nachwachsen, wenn etwas wiederkommt. Also wir haben einen Baum und wir schneiden den Baum und dann wächst der Baum wieder. Das ist Nachwachsen. Also die Erwachsenen sind groß geworden. Sie sind fertig mit Wachsen. Und dann kommen neue Menschen und sie wachsen nach. Das ist der Nachwuchs. Die Babys oder die Kinder. Und wo ist der Nachwuchs? Im Hühnerstall. Wo ist das? Hühner, das kommt von Huhn. Hühner, das sind Tiere. Es sind Vögel. Und sie legen Eier. Das ist ein Huhn. Das Huhn. Ein Huhn und viele Hühner. Und ein Stall. Ein Stall ist das Haus für Tiere. Also die Kuh, der Kuhstall. Das Pferd, der Pferdestall. Und das Huhn, der Hühnerstall. Also Nachwuchs im Hühnerstall heißt Babys in dem Haus von den Hühnern. Schauen wir uns die Geschichte vom kleinen Herr Jakob an. Wir sehen Herrn Jakob. Er hat eine Box, einen Karton, eine Box mit vielen Eiern. Es sind Eier in der Box. Und wir sehen einen großen Laden oder einen Stand. In dem Stand ist ein Mann. Der Mann ist groß. Er ist größer als Herr Jakob. Und der Mann verkauft. Was verkauft der Mann? Der Mann verkauft Eier. Es ist ein Eierstand. Und es gibt ein Schild. Es gibt ein Schild. Auf dem Schild steht etwas geschrieben. Auf dem Bild steht Import Eier. Die Eier sind importiert. Die Eier sind nicht aus Deutschland. Der Mann verkauft importierte Eier. Und der kleine Herr Jakob, was macht er? Er kauft die Eier. Er hat importierte Eier gekauft. Das ist das erste Bild. Jetzt das zweite Bild. Was sehen wir auf dem zweiten Bild? Das zweite Bild ist nicht mehr an dem Eierstand. Jetzt ist Herr Jakob im Hühnerstall. Ein Stall ist ein Haus für Tiere. Und in diesem Haus gibt es Hühner. Also ist es ein Hühnerstall. Wir sehen Herr Jakob. Und wir sehen ein Huhn. Und es gibt ein Nest. In dem Nest sind Eier. Und das Huhn brütet die Eier aus. Aber das Huhn hat nicht eigene Eier gelegt. Die Eier gehören nicht dem Huhn. Herr Jakob bringt die Eier. Er hat die Eier gekauft. Und er nimmt das Ei aus der Box. Und er legt das Ei in das Nest. Er nimmt das Ei aus der Box. Er legt das Ei in das Nest. Das ist das zweite Bild. Herr Jakob legt die Eier in das Nest. Auf dem dritten Bild können wir den Hühnerstall sehen. Jetzt sind wir nicht im Hühnerstall, sondern wir sind draußen. Wir sehen den Hühnerstall von außen. Und Herr Jakob ist fertig. Die Box ist leer. Und Herr Jakob geht zurück nach Hause. Er ist nicht mehr im Hühnerstall. Er hat dem Huhn die Eier gebracht. Er hat dem Huhn die Eier gegeben. Jetzt ist er fertig und geht nach Hause. Er wartet. Und worauf wartet er? Er wartet, dass die kleinen Hühner schlüpfen, die Küken, dass die Küken aus den Eiern rauskommen. Darauf wartet Herr Jakob. Er möchte viele Hühner haben, nicht nur ein Huhn. Und er wartet auf die Babyhühner. Was sehen wir noch auf dem Bild? Der kleine Herr Jakob hat den Hut auf dem Kopf und die Box, die Kiste hat er unter dem Arm. Und er läuft über die Wiese, über das Gras, läuft er weg. Hinter, hinter, Herr Jakob, ist ein Baum. Und der Baum ist auch klein. Es ist ein kleiner Baum. Und der Baum steht vor dem Fenster. Der Baum steht vor dem Fenster. Hinter dem Fenster, äh, nein, hinter dem Baum ist der Hühnerstall. Der Hühnerstall hat eine Türe und zwei Fenster. An zwei Seiten gibt es ein Fenster. Und das eine Fenster ist für das Huhn zum Rausgehen. Es gibt eine Leiter, eine Treppe für das Huhn. Genau, das sehen wir auf dem dritten Bild. Und was passiert auf dem vierten Bild? Schauen wir es uns an. Das ist das vierte Bild. Was ist passiert? Was kannst du auf dem vierten Bild sehen? Wir sehen den Hühnerstall. Das vierte Bild ist wieder im Hühnerstall. Und wir sehen das Huhn. Das Huhn sitzt im Nest. Das Huhn sitzt im Nest. Und Herr Jakob kommt zurück. Die Türe ist offen. Herr Jakob schaut in den Hühnerstall. Er schaut, was passiert ist. Er schaut, ob die kleinen Hühner da sind. Und Herr Jakob hat auch einen Hund. Der Hund kommt auch in den Hühnerstall. Und der Hund schaut auch, ob die kleinen Hühner da sind. Gibt es kleine Hühner? Nein, gibt es nicht. Es gibt Schildkröten. Wie viele Schildkröten siehst du? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sind es zehn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf. Es sind sogar elf Schildkröten. Aber warum sind es Schildkröten? Hast du eine Idee? Warum sind keine Babyhühner geschlüpft? Warum gibt es keine Küken? Warum gibt es Schildkröten? Gehen wir zurück zum ersten Bild. Die Eier sind importiert und wir wissen nicht, ob es Hühnereier sind. Es waren keine Hühnereier. Es waren Schildkröteneier. Und deshalb gibt es jetzt Babyschildkröten und keine Küken. Ich hoffe, die Geschichte war lustig. Ich hoffe, die Geschichte hast du verstanden. Wenn du Fragen hast, schreibe mir gerne einen Kommentar. Ich freue mich, wenn du das Video likest. Und wenn du noch mehr Deutsch lernen möchtest. Wenn du andere Geschichten hören möchtest. Hier gibt es weitere Videos und du findest noch mehr Infos auch in der Infobox unten. Zum Beispiel einen Link zu meinem Patreon oder zu meiner Webseite. Ich wünsche dir viel Spaß beim Deutsch lernen und bis bald. Tschüss, mach's gut!